Zugegeben, wir sind uns nicht ganz sicher, ob unser Berlin von morgen so aussehen wird und einiges ist bestimmt noch Zukunftsmusik. Doch für uns ist sicher, Pioniergeist und Innovationskraft haben unsere Stadt schon immer geprägt und werden es auch weiterhin tun. Hi, wir sind das ITDZ, Berlins zentraler IT-Dienstleister und wir möchten mit Ihnen die digitale Zukunft Berlins gestalten. Dazu fragen wir uns, wie sieht die Verwaltung von morgen aus? Damit aus einer Idee Wirklichkeit wird, braucht es Raum, Zeit und Ressourcen für kreatives Denken, Experimente und innovatives Handeln. Wir wissen, gerade in den Verwaltungen werden täglich Höchstleistungen vollbracht und zwischen Haushaltsplanung, Vergabeverfahren und Verwaltungsakt ist es nicht immer einfach, solch einen Raum zu finden. Mit dem ITDZ als Partner im Innovationsmanagement können wir gemeinsam eine Innovationskultur schaffen, die den Austausch und die Zusammenarbeit ermöglicht, Kreativität und Partizipation fördert und Ressourcen schafft für agile Ideenentwicklung und Umsetzung. So erkennen wir Technologie- und Organisationstrends frühzeitig und können sie zur Anwendung im Land Berlin bringen, wie wir es zum Beispiel mit der Einführung des Zeitmanagementsystems getan haben. Das ZMS der Berliner Verwaltungen ermöglicht allen Berlinerinnen und Berlinern eine bequeme, behördenübergreifende Terminwahl, vom Smartphone oder Computer aus. Natürlich ist IT stets im Wandel, daher haben wir die nächsten Trends bereits im Blick. Die Steigerung der Innovationskraft ist entscheidend für den Erfolg der Digitalisierung der Berliner Verwaltung und die Umsetzung des Berliner E-Government-Gesetzes. Eine so gelebte Innovationskultur heißt aber auch, Fehler zuzulassen und stets weiter mutig voranzugehen, um so die Arbeit für jeden Einzelnen zu erleichtern. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns, dem ITDZ Berlin, die Zukunft unserer Stadt zu gestalten.